Der Vertikutierer VT400 aus der Bayer Mietflotte bietet Ihnen dank seiner 32 Schlägelmesser ausgehärtetem Spezialstahl eine schnelle und sorgfältige Entfernung von ungewünschtem Moos und Schnittgut. Der benzinbetriebene Honda Motor bringt die Vertikutierwelle auf bis zu 3000 Umdrehungen pro Minute. Durch diesen einwandfreien Antrieb können die 32 Schlägelmesser den Boden anritzen und so unerwünschtes Moos und Schnittgut sorgfältig entfernen. Dank einer stufenlos verstellbaren Vertikutiertiefe, die idealerweise bei 3 mm liegt, passt sich der VT400 optimal allen Bodenverhältnissen an und lässt den Boden durchatmen. Eine Arbeitsbreite von 40 cm sorgt dafür, dass die Arbeit zügig erledigt werden kann. Das Gerät bietet kompakte Maße von 100 cm Höhe, 60 cm Breite und 120 cm Länge. Durch einen klappbaren Lenkbäumen sowie ein Leergewicht von ca. 37 kg bietet das Gerät die optimale Voraussetzung zum komfortablen Transport. Der 3,6 kW starke Honda Benzinmotor sorgt selbst bei einer Hanglage für optimalen Bedienkomfort. Das macht den Vertikutierer VT400 nicht nur ideal für den Galabau, sondern auch sehr attraktiv für Kommunen und Privatkunden. Das entfernte Moos sollte, wenn der Fangsack von 50 Liter nicht genutzt wird, beseitigt werden und der Vertikutiervorgang anschließend wiederholt werden, bis alle Moose entfernt sind. Bringen Sie jetzt Ihren Garten auf Vordermann und mieten Sie Ihre Vertikutierlösung aus dem Bayer Meat Park.